Zeitarbeit ist eine Sackgasse? Zeitarbeit ist schlecht für den Lebenslauf? Oder Zeitarbeitnehmer sind Arbeitnehmer zweiter Klasse? Ja, das sind Vorurteile, die wir schon ab und an mal zu hören bekommen. Bei uns ist es aber nicht so. Grundsätzlich kann das erstmal jeder sagen. Aber im Nachgang haben wir Antworten auf die allerwichtigsten Fragen vorbereitet. Also schaust dir an und überzeug dich selbst. Das bedeutet, dass bei uns einfach mehr für dich drin ist. Unbefristete Verträge, Weiterbildung, Sonderleistung. Und wir sprechen mit dir immer auf Augenhöhe. Du hast total nette Kollegen und einen flächendeckenden Betriebsrat. Ich glaube, das hätten viele gerne. Bei uns gehört das mit dazu. Und das allerwichtigste, wir finden deinen Wunschjob. Wir schauen genau hin, was du kannst und suchen dir dann den Job, wo du dich wohlfühlen kannst. Das ist Besserarbeit. Nee, gar nicht. Also bei uns gibt es Zeitarbeit für echt alle Abschlüsse. Egal ob Menschen mit oder ohne Ausbildung. Handwerker, Techniker, Kaufleute, Softwareentwickler. Bei uns arbeiten auch Ingenieure oder andere Fachkräfte. Kurzum, egal was du mitbringst, wir finden den Job, wo du mit deinem Wissen glänzen kannst. Und wenn du Bock hast, kannst du dich bei uns auch noch weiterentwickeln. Nein, also die Sorge ist wirklich absolut unbegründet. Denn du kannst ja im Kundenbetrieb auch einfach übernommen werden. In über 25 Prozent der Fälle funktioniert das bei uns. Und sollte der Einsatz doch mal nicht ganz zu dir passen, dann hat so ein Wechsel aber auch Vorteile. Du lernst neue Menschen kennen, neue Fähigkeiten, neue Branchen. Das alles führt dazu, dass du dich weiterentwickelst und dein berufliches Netzwerk, das wächst und wächst. Na, wir sind das. Auch wenn du den Einsatz einmal wechseln musst, hast du immer einen sicheren Hafen. Und bei uns bist du nicht nur fest angestellt, sondern auch fest integriert. Außerdem haben wir einen flächenden Betriebsrat, an den du dich immer wenden kannst. Wir sind ein großes Unternehmen und bieten dir große Chancen. Außerdem stärken wir dir immer den Rücken. Besser Arbeit heißt für uns, Qualitätsstandards in der Zeitarbeitsbranche zu setzen. Wusstest du zum Beispiel, dass wir den Tarifvertrag mit angestoßen haben? Wir liegen flächendeckend über dem Mindestlohn. Und das sind nur wenige Argumente, die dafür sprechen, bei uns zu arbeiten. In unserem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist der Grundsatz zur Gleichstellung schon mit verankert. Aber echte Gleichberechtigung braucht ein bisschen mehr und deswegen leben wir sie. Indem wir dich zum Beispiel gesundheitlich versorgen, dir Sportangebote machen oder viele andere Sachen. Nein, absolut nicht. Du bist als Zeitarbeitnehmer Allrounder und auch flexibel einsetzbar. Aber du hast trotzdem die Wahl. Dein Arbeitsvertrag sichert dich ab. Darin findest du nicht nur deine Qualifikationen, sondern auch deine zeitlichen und räumlichen Vorlieben. Möchtest du nicht pendeln, sondern nur in der Nähe arbeiten? Kein Problem, wir finden den passenden Job für dich. Na, du bist ja nicht alleine. Mit uns ist das Job finden wirklich easy. Wir schauen genau hin und auf deine Potenziale. Und wer weiß, vielleicht steckt in dir noch ein bisschen mehr, als du sogar selbst glaubst. In unserer Randstadt-Akademie können wir dir dann jede Menge Fort- und Weiterbildungen anbieten. Wir glauben an dich und deine Fähigkeiten. Denn das ist für uns besser Arbeit. Ja klar, also wir haben unserer Mitarbeiterin einen Job in der Nähe besorgt. So wie gewünscht, in Vollzeit. Aber dann kam die Pandemie und vieles hat sich geändert. Die Kinderbetreuung musste anders sichergestellt werden und die Vollzeitarbeit war nicht mehr möglich. Da kam erst mal die Angst, den Job jetzt auch noch zu verlieren. Aber sie hat das Gespräch mit uns gesucht. Wir haben die Rahmenbedingungen besprochen und konnten einen neuen Job finden. In Teilzeit, so wie es passt. Das Wichtige ist, nicht nur der Zeitarbeitnehmer ist flexibel. Auch wir sind es. Und das ist für mich besser Arbeit.